Hallo zusammen aus Orlesund und zwar bin ich auf dem Axlar. Der Axlar ist ein Berg, der sich über die Stadt erhebt und ich bin auf diesem Berg. Wie gesagt, von da aus hat man einen grandiosen Blick über die Stadt und das gucken wir uns jetzt an. 3. Nachdenklichen 4. 10. 11. 12. 16. 16. Musik Musik Orlesund. Was für ein großartiger Ausblick von dem Axler über die Stadt. Und auch die Stadt selbst scheint klein und nett und gemütlich zu sein. Ich selbst bin ja nicht so ein Stadtmensch, aber auf jeden Fall sehenswert. Ganz besonders natürlich bei so einem Sonnenuntergang. Für mich geht es jetzt weiter in Richtung Langfossen. Der Langfossen ist ein riesiger Wasserfall, der unter einer Straße entlang läuft. Genau wie der Lattefossen auch, bei dem ich ja letztes Jahr schon gewesen bin. Aber diesmal ist der Langfossen dran. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis morgen. Musik 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 Musik